Worte sind mächtige Waffen. Sogar alleinstehend tragen die richtigen Worte, wie zum Beispiel Schimpfwörter, eine Macht in sich. In Form eines Satzes können sie ein Gefühl der Angst im Zuhörer hervorrufen. Der Satz, der immer die meiste Angst in Nyland hervorrief, lautete, es gibt etwas, das du wissen solltest. Kayla Wyrick äußerte exakt diese Worte, als sie sich rasant von den beschädigten Überresten der Orbital Supermax entfernten. Kann das warten? fragte Nyland. Sie hatten den Tankvorgang abgeschlossen und er war noch dabei, eine Übertragung von Morgan zu beantworten. Dieser war gerade noch im zweiten Jäger ihrer kleinen Flotte, die aus drei Schiffen bestand. Ich denke nicht, erwiderte Kayla. Ich weiß, wer Martin Browning ist. Nyland verringerte langsam den Schub. Martin Browning war der Kern von all dem, was ihnen in den letzten Tagen zugestoßen war. In erster Linie war er der Grund für den Angriff der Novadox auf die Station. Der Tod von Hunderten von Menschen konnte direkt auf seiner Anwesenheit auf OSP-4 zurückgeführt werden. Ich fing an zu glauben, dass es ihn gar nicht gibt, räusperte sich Nyland. Es gibt ihn auch nicht, antwortete Kayla. Das ist nur ein Deckname. Deshalb konnten wir ihn bei unserer ersten Suche auch nicht finden. Das ergab keinen Sinn. Viele Gefangene, wenn nicht sogar die meisten, hatten Decknamen. Ich dachte, die Pseudonyme werden automatisch mitdurchsucht. Ja, das werden sie. Das war es, was mich stutzig machte. Und da es nicht viel zu tun gibt, wenn man als Geisel festgehalten wird, dachte ich mir... Und die Tevarin hatten zudem eine direkte Verbindung zum Serverraum. Seine Datei war geschwärzt, aber ich konnte es umgehen. Nyland hatte bereits versucht, seinen eigenen Namen zu finden. Und Kayla war strikt dagegen gewesen. Was hatte sich geändert? Ich hatte viel Zeit nachzudenken, räumte sie auf seine Nachfrage hin ein. Kilkenny riskiert viel. Mit jeder Minute steigt das Risiko, dass jemand die UII über seine kleine Operation hier informiert. Aber er ist noch immer hier. Warum? Was macht diesen Browning so besonders? Also suchte ich nach ihm. Aber nicht, weil ich ihn den Novadox übergeben wollte. Ich dachte, er könnte uns helfen. Und es stellte sich heraus, dass er das bereits tat. Es ist morgen. Oder? Fragte Nyland mit kalter Gewissheit in seinem Herzen. Er war einer der einzigen beiden Häftlinge im Hochsicherheitstrakt. Wenn Wes Morgan Martin Browning war, dann hielt er sein Schweigen, während hunderte von Menschen getötet wurden. Auf der anderen Seite hätten sie es ohne seine Hilfe niemals von der Station geschafft. Und ohne ihn hätten sie auch niemals die Blockade der Novadox durchbrochen. Was sollen wir jetzt tun? Fragte Kayla. Nyland hatte keine Ahnung. Deswegen war er inhaftiert. Das konnte ich nicht herausfinden. Dieser Teil der Datei war so stark gesichert, dass ich sie nicht mal mit den Codes öffnen konnte, die mir zugewiesen wurden, als Kilkenny das Kommandodeck zerstörte, räumte Weirig ein. Nyland hörte Morgans Stimme durch das Komm-Zischen. Hey, alles in Ordnung? Nyland sah sie an. Aber Kaylas Gesicht war völlig ausdruckslos. Er betätigte das Komm. Alles gut. Koni-Check ist bei uns. Was ist mit deinem Treibstoff? Halb voll, antwortete Morgan. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Zwei Typen habe ich bereits erledigt. Drei weitere habe ich aber im Schlepptau. Und dieser Frachter steht genau zwischen uns und dem Sprungtor. Kannst du mal aushelfen? Nyland zögerte einen kurzen Moment. Er konnte Morgans Raketenschweif sehen und drei sich schnell bewegende Sterne, die sich vom restlichen Sternenhimmel absetzten und ihm folgten. Der Zielcomputer markierte alle drei, kartierte die Vektoren und analysierte ihre Schwächen. Koni-Check, wir entkoppeln. Der Betankungsschlauch wurde irgendwo über Nyland zurückgezogen und zurück in den Tanker gespult. Hier spricht Corporal Smith, Sir. Mr. Koni-Check wurde... Er starrt seit 20 Minuten ins All. Ich habe Angst, ihn wach zu rütteln, kam die Antwort über das Kommen. Smith war einer der Techniker, die Koni-Check dabei geholfen hatten, den Tanker zu reparieren. Nyland hatte ein wenig Mitleid mit ihm und den anderen. Ähm, in Ordnung. Halten Sie sich von dem Feuerwerk fern. Morgan kommt zum Nachtanken. Sobald er fertig ist, schaffen Sie Ihren Arsch hier raus. Der dunkle Schatten des Tankers hob ab, drehte sich wie ein Wal und verschwand unter ihnen. Alle angeschnallt? fragte Nyland. Bist du dir sicher, was du da tust, Avery? entgegnete Kayla. Alles, was wir tun müssen, ist Kilkenny zu sagen, dass Morgan Martin Browning ist und er lässt uns gehen. Nyland konnte nicht verhindern, wenn wir es schaffen, zu mummeln. Der Großteil der Novadox war weit hinter ihnen. Aber bei zwei veralteten Jägern gegen drei moderne Schiffe und einem bewaffneten Frachter standen die Chancen nicht gut. Hinzu kamen ein paar verdächtige Flecken auf dem Langstreckenradar, über die er nicht weiter nachdenken wollte. Er warf die Triebwerke der Cutlass an. Die Jäger waren dafür modifiziert, entflohene Häftlinge einzuholen, deshalb wusste Nyland, dass er auf seinen Energieverbrauch achten musste. Die zusätzliche Geschwindigkeit gab ihn in Dogfights allerdings einen großen Vorteil. Er flog einen großen Bogen und hoffte, dass die drei Jäger so fixiert auf Morgan waren, dass sie ihn nicht von hinten kommen sehen würden. Als es so aussah, als wäre er ihrer Aufmerksamkeit entgangen, gab Nyland vollen Schub und eröffnete das Feuer. Eines der Schiffe explodierte bereits nach wenigen Treffern und die anderen beiden teilten sich auf. Er drehte nach links ab, um einen davon weiterzuverfolgen und sah, wie Morgan dem anderen hinterherjagte. Nachdem sie sie erledigt hatten, stieß er zum Tanker und begann nachzutanken. Nyland war im Begriff, das Kommen einzuschalten, als er merkte, dass es noch angeschaltet war. Er versuchte, sich an die letzte Übertragung zu erinnern, die sie gesendet hatten. Niemand hatte während des Kampfes gesprochen. Er spürte, wie seine Wangen blass wurden. Die letzte Übertragung ging an Corporal Smith. Das bedeutete, dass Morgan und jeder auf dem Tanker zugehört hatte, wie Kayla ihn als Martin Browning identifiziert hatte. Nylands Hand schwebte über der COM-Taste. Sie hatten genug Treibstoff, um im freien Raum zu verschwinden, bevor Morgan sie ins Visier nehmen konnte. Noch konnten sie ihm entkommen, wenn sie jetzt starten würden. Er schaltete das COM aus und gab Gas. Avery? fragte Kayla vom Rücksitz aus. Sollten wir nicht auf Morgan und Koniček warten? Nyland ließ seine Hände, wo sie waren, und leitete die Energie auf die vorderen Schilde um. Es würde schwierig werden, allein an Kilkenys gepanzertem Frachter vorbeizukommen, aber sie hatten keine Wahl. Morgan würde sie nicht am Leben lassen, jetzt da er wusste, dass sie sein Geheimnis kannten. Er weiß, dass wir es wissen. Oh, murmelte sie. Nyland konnte hören, wie sie in ihren Sitz zurückfiel. Kayla Wyrick war schon immer ein helles Köpfchen. Nyland war sich sicher, dass ihr klar geworden war, was geschehen war. Der Frachter rückte bedrohlich in sein Blickfeld. Das Hut zeigte ihm seine Spezifikationen an und hob die böse aussehende Partikelwaffe hervor, die er auf dem Flugdeck ausmachen konnte. Sie war nicht sehr beweglich, aber sie saß genau zwischen ihnen und dem Sprungtor und hatte genug Feuerkraft, um jedem, der versuchte vorbeizukommen, ein ernsthaftes Problem zu bereiten. Wow, das wird holprig, warnte er Wyrick und prüfte die Schilde. Plötzlich setzte sich der Frachter in Bewegung und entfernte sich vom Sprungtor. Jedoch nicht in ihre Richtung. Hallo, mein alter Freund. Meine alte Nemesis, sagte eine Stimme auf einem öffentlichen Kanal, die Nyland als Captain Martin Kilkenny der Novodox wiedererkannte. Überrascht es dich, dass ich dich als den kenne, der du da bist, Martin Browning? Du trägst die Haut deines Piratenkönigs. Aber der Mann darunter gehört zur U.I. Ich bin gekommen, um dein Fleisch zu essen und deine Haut zu tragen. Danach werde ich die Königreiche der Piraten an deiner Stelle regieren. Er ist es, oder? fragte Kayla. So sieht es aus, antwortete Nyland. Corporate Smith muss morgen an Kilkenny verkauft haben. Na gut, die gute Nachricht dabei ist, dass wir offenbar freie Fahrt in das Sprungtor haben. Anstatt noch mehr Schub zu geben, schaltete Nyland die Triebwerke aus und ließ die Cutlass treiben. Der Frachter wurde hinter ihnen immer kleiner. Er war eindeutig zu stark, als dass sich ein einziger Jäger um ihn hätte kümmern können. Nyland bewegte seine Hand in Richtung der Schubregelung und ließ sie dann doch wieder sinken. Er drückte auf die Steuerelemente, schaute zurück über seine Schulter und wieder nach vorne auf das Sprungtor. Kayla sagte nichts und fragte nicht, warum sie stehen geblieben waren. Ach, verdammt, fluchte Nyland, als er das Schiff wendete und den Schubregler bis zum Anschlag drückte. Du tust das Richtige, sagte Kayla. Ist ja großartig, ich bin heilfroh, dass meine Therapie so gute Fortschritte erzielt, schoss er zurück und bereute es sofort. Kayla war inzwischen viel mehr als seine Therapeutin. Er respektierte sie. Nein, es ging sogar weiter als das. Ihm fiel nur das passende Wort dazu nicht ein. Oder zumindest wollte Nyland nicht zugeben, dass er es doch wusste. Morgan war noch immer am Tanken. Smith musste den Vorgang verlangsamt haben, um ihn reinzulegen. Nylands Konsole leuchtete mit dutzenden Signalen auf, die aus Richtung OSP4 kamen. Kilkenny hatte seinen Mann gefunden. Die Situation spitzte sich zu, und das ziemlich schnell. Auf einmal hörten sie einen Schuss über das Komm-System und dann etwas Geraschel. Du bist fertig, Boss, sagte Herschel Konicek. Der Verrückte war genau zum richtigen Zeitpunkt wiedererwacht. Ich wusste, ich kann auf dich zählen, Herbie, sagte Morgan. Meine Anzeige füllt sich schnell. Dann gab es eine Pause. Hast du dich auf dem Weg zum Sprungtor verirrt, Nyland? Ja, aber wenn ich schon mal hier bin, können wir auch ein wenig aufräumen, antwortete Nyland ihm, während er den Frachter erfasste. Er feuerte. Allerdings versuchte dieser gar nicht erst auszuweichen. Stattdessen erwiderte die rückseitige Kanone das Feuer, und sie waren diejenigen, die zum Ausweichen gezwungen wurden. Sie waren schnell, aber ohne Raketen konnte Nyland dem Frachter nicht genug Schaden zufügen, um seine Schilde zu Fall zu bringen. Glücklicherweise hatte sich Morgan bereits von dem Betankungsschlauch gelöst und von Konicek abgewendet. Nach einem kurzen Boost war er wieder mitten im Geschehen. Plötzlich wurde Nyland heftig gegen das Kabinendach geschleudert. Der Sternenhimmel drehte sich, und er realisierte, dass sie von der gewaltigen Partikelkanone an der Vorderseite des Frachters getroffen worden waren. Während er Morgan beobachtete, drehte er sich und feuerte. Doch die Steuerung reagierte nicht mehr. Die Instrumente waren tot. Nyland kam ein schrecklicher Gedanke. Kayla, mir geht's gut, sagte sie. Ein wenig durchgeschüttelt, aber gut. Er führte eine kurze Überprüfung der Systeme durch. Die Schilde waren aus, und sie hatten eine heftige Delle in der Hülle. Aber immerhin strömte keine Luft aus, und der Reaktor schien, auch wenn er ausgeschaltet war, unbeschädigt. Konnte es die Hauptsteuerung sein? Nyland hatte keine Ahnung. Wie kann ich helfen? fragte Kayla. Ich weiß es nicht! Fluchte Nyland und schlug mit der Faust auf das Armaturenbrett. Kilkenys Frachter drehte plötzlich ab und konzentrierte sich auf Morgans Jäger. Schüsse flogen zwischen ihnen beiden hin und her. Der Frachter war nur am Kämpfen und nicht am Fliegen. Anstatt Morgans Schüssen auszuweichen, stand er einfach da und ließ sie unbesorgt einschlagen. Er begann, in Nylands und Kaylers Richtung zu treiben. Nyland fuhr die Systeme erneut hoch. Danach leuchteten die Instrumente wieder auf. Waffen und Schilde waren immer noch offline. Abgesehen von einer Waffe, die sich ständig ein- und ausschaltete. Es war der noch vorhandene Teil des Geschützturms, den er bei seinem Zusammentreffen mit der Station beschädigt hatte. Sie waren so nah an Kilkenys Frachter, dass sie ihn unmöglich verfehlen konnten. Lass sie schießen, betete Nyland und drückte den Abzug. Energieschüsse schlugen in den Frachter ein und dann gab es eine helle Lichtexplosion. Die beiden wurden in ihre Sitze zurückgedrückt und als sich das Kabinendach polarisierte, wurde alles schwarz. Als es sich wieder normalisiert hatte, sahen sie die durchlöcherte Höhle des Frachters von ihnen wegwirbeln. Ich dachte, wir wären tot, keuchte Kayla atemlos. Noch nicht ganz, antwortete Nyland, als er die Triebwerke befeuerte und Morgan in Richtung Sprungtor folgte. Als sie sich ihm näherten, wurden sie jedoch von zwei Lasertreffern der Hornet getroffen und verloren dadurch ihren Sprungantrieb. Dann drang seine Stimme durch das Kommen. Keine Panik, aber du und die gute Doktorin müssen in diesem System bleiben, während wir es verlassen, Nyland. Keine Sorge, die Novadox haben nichts mehr, dass sie euch hinterher schicken könnten. Warum tust du das? fragte Nyland. Hey, es ist nichts Persönliches. Ich kann nur nicht gebrauchen, dass ihr mir folgt. Ein UEE-Team sollte in diesem Moment bereits auf dem Weg zur Supermax sein. Sie werden euch finden, bevor euch die Luft ausgeht. Also bleibt ruhig. Ich bin mir sicher, euch zwei Turteltauben wird schon was einfallen, wie ihr die Zeit überbrücken könnt. Und dann verließ er sie. Nyland und Kayla blickten dem hellen Strahl seiner Triebwerke nach, als er in den Interspace verschwand. Hat er uns gerade Turteltauben genannt? sagte Kayla mit einem Hauch Neugier. Ja, aber ist das nicht verboten zwischen Arzt und Patient? fragte Nyland und blickte zu ihr. Ja, antwortete sie ein wenig niedergeschlagen. Ich schätze, das ist es. Nyland hakte seinen Fluggurt aus und inspizierte das Cockpit. Es gab hier nicht viel Platz. Aber nach allem, was sie durchgemacht hatten, war er sich sicher, dass sie schon einen Weg finden würden. Er hob eine Augenbraue und grinste breit. In dem Fall bist du gefeuert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020